Hallo, hier bin ich auf der schärfsten Sendung der Welt mit der super tollen Kamera in meinem Computer. Das hier ist jetzt mal ein Test und ich muss hier mal einfach was ausprobieren. Wow, das haut voll rein, ne? Ja, ich muss mal kurz ausprobieren, was hier mit meiner Internetleitung überhaupt möglich ist. Und wenn das möglich ist, dann kann ich zunächst wieder Videos machen. Ja, danke schön und vergesst es.